Herzlich Willkommen Marie, schön, dass du Zeit hast, über dein neues Album zu sprechen, Countdown ist der Titel. Ja, Countdown, mein neues Album ist draußen und ich bin so happy und dankbar und ja, dass ich überhaupt die Chance hatte, haben darf, ein zweites Album mit Universal zusammen zu produzieren. Ist eine tolle Sache und ich genieße es. Du hast beim ersten Album ja noch mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet. Genau. Wegen DSDS. Ja. Und jetzt neue Leute? Ja, ich habe ein neues Team um mich rum. Ich habe mit ganz, ganz vielen Songwritern und Autoren gearbeitet, die auch teilweise schon für Helene Fischer und für ganz, ganz, ganz viele große Künstler geschrieben haben und habe mit Madison produziert. Die sitzen in Hamburg, die haben mit Glasperl ein Spiel, mit ganz, ganz, ganz vielen schon auch gearbeitet und zum Beispiel auch Sunrise Avenue. Also wirklich total cool und es hat echt Spaß gemacht und bin echt glücklich mit denen gearbeitet. Wie seid ihr denn überhaupt zusammengekommen? Worüber lief der Kontakt oder? Über Universal sind wir zusammengekommen. Über die Plattenzimmer? Genau. Okay. Und zwölf neue Songs sind auf dem Album? Ja. Du hast auch teilweise mitgeschrieben. Wie viel Einfluss hattest du insgesamt auf die Songs? Ja, eigentlich hundert Prozent, weil klar, also sowieso es gibt, es werden einem ganz, ganz, ganz viele Songs zugeschickt. Also ich glaube, ich habe zwei, dreihundert Songs mir auch teilweise angehört. Davon suchst du natürlich, du schiffst natürlich ganz, ganz viel raus. Und ja, und dann habe ich eigentlich ziemlich lange in die Songs gehört, welcher Song catcht mich am meisten, wo kann ich mich am meisten einbringen. Und dann die Songwriter-Camps, die ich dann, ja, wo ich dann dabei sein durfte, mitschreiben durfte. Da sind dann auch noch mal einige Songs entstanden. Ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und du sortierst immer wieder aus und am Ende gefällt dir der Song dann doch mehr als der andere. Es ist schon ein langer Prozess, aber im Endeffekt lohnt es sich, weil du bist am Ende happy mit den Songs. Wie kann man sich das vorstellen, diese Songwriter-Camps? Sitzt du da zusammen an einem großen Tisch und jeder gibt was dazu? Oder hat einer eine Grundidee? Also es ist meistens ziemlich entspannt. Wir arbeiten in Gruppen, meistens in kleinere Gruppen, so zwei, drei, vier Leute vielleicht maximal, und sitzen dann in so einer Art kleinen Studio. So, du singst, wenn du, wenn du eine Line hast und eine Melodie, singst du die sofort ein, weil du musst die auffangen. Das ist ganz klar, weil meistens entstehen aus diesen kleinen Segmenten dann wirklich die Songs am Ende. Und wir arbeiten zusammen an Themen, weil wenn du eine Thematik hast, dann hast du natürlich auch einen Text, auf dem du aufbauen kannst. Und so läuft das Step by Step ab. Countdown ist der Titel des Albums. Wofür steht dann Countdown? Countdown ist eigentlich so, ich zähle eigentlich so in mein neues Leben. Ich bin 18 Jahre, also im neuen Lebensabschnitt. Bin 18 Jahre geworden, ich darf länger auf der Bühne stehen, ich darf mein zweites Album rausbringen, wo ich viel mitgeschrieben habe und mitgearbeitet habe. Und es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt. Du bist gerade 18 geworden, hast ein Abitur gemacht. Wie lief die Zeit jetzt ab zwischen DSDS und dem neuen Album? Sehr, sehr turbulent. Also Schulzeit dazwischen zu machen, stelle ich mir ziemlich kompliziert vor. Ja, es war auch kompliziert und sehr hart. Man musste sehr, sehr viel und sehr, sehr Takt, so wirklich durch den Takt planen. Also von einem Termin zum nächsten, dann schnell in die Schule für die Abi-Klausur und dann wieder zum nächsten Termin. Also ich musste wirklich teilweise früher meine Klausuren, meine Abschlussprüfungen abgeben, weil ich sonst den Zug nicht gekriegt hätte für den Auftritt. Das war wirklich so. Also es war schon wirklich stressig. Ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe. Viele sagen, ja, ach, du machst das eh nicht und Karriere ziehst du jetzt vor? Nein, das war mir wichtig, einen Abschluss zu haben. Den sollte man auch in der Tasche haben, finde ich so, als Backup. Und das habe ich. Und jetzt konzentriere ich mich aber erstmal voll auf die Musik. Okay. Du warst auch schon auf Tour jetzt im Sommer, habe ich gelesen, mit Andreas Cavalier, gleich die ganz großen Arenen. Also das stelle ich mir auch ziemlich aufregend vor. Und wenn man dann vor 50.000 Leuten oder so spielt. Ja, das ist schon, also das ist eine Riesenehre. Ich durfte mit Andreas Cavalier, der mich persönlich eingeladen hat auf Stadion-Tour und da als Voregg zu singen. Ich meine, ich war hier in Berlin auf der Waldbühne, ja. Ich war im Olympiastadion in München. Das ist unfassbar. Und das sind Erfahrungen, die einen sehr prägen, das Selbstbewusstsein auf der Bühne verstärken. Und diese Erfahrung werde ich niemals mehr vergessen, egal was kommt. Wie war es denn so? Support hat ja auch immer ein bisschen, also ist ja nicht das oft, was die Leute warten. Ja, ja, klar. Das natürlich, das erweckt so eine extreme Nervosität in einem, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Leute sind für Andreas Cavalier da und ja, und nicht für Marie Wegener. Aber die Leute haben das sehr, sehr gut aufgenommen. Und ich muss sagen, das hat echt Spaß gemacht. Du hast jetzt das Album fertig, es ist draußen. Wie sieht die weitere Planung aus? Gehst du denn mit dem Album jetzt auch auf Tour? Ja, also ich bin auf Center-Tour. Also ich bin, ich toure jetzt erstmal so durch ganz Deutschland so rum und promote mein Album in diversen Centern. Und ja, also Promotion-Tour steht jetzt an, Radiotour hab und hatte ich jetzt nebenbei. Und ja, so geht es jetzt erstmal weiter. Natürlich, man kann noch nicht jetzt auf große eigene Tour gehen, weil ich bin eigentlich noch relativ am Anfang. Ich hab noch nicht diese riesen Fanbase, das ist einfach so. Aber ich werde auf jeden Fall viele Auftritte haben und natürlich Fernsehsendungen. Dann habe ich auch noch gelesen, die Schöne und das Biest. Ja, genau. Ich bin bei die Schöne und das Biest dabei. Deswegen also habe ich gar nicht so unglaublich viel Zeit, denn ab Anfang Dezember sind die Proben und ab dem 25. Dezember geht es dann auch los. Da fängt dann die Schöne und das Biest an. Wir touren, ja, durch ganz Deutschland über 30 Termine. Ja, stelle ich mir auch ziemlich … Das wird sehr hart. Das wird auf jeden Fall sehr hart. Das kann man nicht anders sagen, aber ich freue mich trotzdem drauf. Theater am Potsdamer Platz ist, glaube ich, die erste Station? Genau, am 25. Ja. Hast du schon mal reingeguckt? Ich war noch nicht dran, nee. Aber ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe gehört, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Theater. Soll sehr schön sein und ja. Ja, eigentlich war es das. Ja, wunderbar. Also hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ja, mich auch. War ein tolles Interview. Und wir sind sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht und wünschen dir viel Glück. Ich auch und vielen Dank. Danke.